hallo auf meinem kanal und ja wir spielen auf der map hollis wenn ich mich richtig erinnere haben als nachbarn aktiven spritzer aber der band noch nicht los das heißt unsere chance jetzt den ersten schlag auszuführen was ja hier auf hollis wirklich immer sehr wichtig ist junge trotz diesem schnellen respawn system von qbb respawn der geil total lang okay er ist einfach gelieft dachte sich so nett herr koddy ist mir zu gut lief ich erst mal und wir gehen direkt weiter zum nächsten typen wenn ich mich richtig erinnere müsste dieses video jetzt an einem samstag erscheinen bin ich mir nicht ganz sicher dann habe ich schon viel meiner vorproduktion hinter mir schon fast die erste woche rum und ja ich würde mich gerne mal über so ein feedback in den kommentaren freuen ob ihr euch trotzdem die videos so gefallen ich meine es sind quick runden egal in welchem modus egal ob sg skywars qbw jetzt in dem fall wie gesagt ich wollte halt hauptsächlich erst mal dass ihr videos habt das war meine intention dahinter und ja ich hasse das nie kriege ich es abgebaut so der typ hat hier doch gerade noch schön um ab ist es gebettelt ach schade hätte ich den jetzt gemacht dann hätte ich mich schon gefreut aber naja es war auch schlecht gemacht von mir also er meinte gerade so ja bitte abonniert mich ich tue auch alles dafür das war circa hier bitte bitte abonniert mich ich tue alles dafür und dann habe ich geantwortet ist schon neben darum zu betteln ist er vielleicht ein bisschen akku auf mich und schwitzt jetzt gegen mich aber naja ich meine wer es nötig hat in runden nach abos zu betteln ist eh bahnbar aber naja ich möchte so ein paar looten jetzt auch nicht aus dem chat bahn ich glaube der weiß gar nicht was das so wirklich ist aus dem chat gebannt zu werden ja gut wenn du dich so weit aus seiner base entfernst ich meine nur also da habe ich natürlich die chance jetzt hier spät abzubauen ist jetzt auch schon der letzte geil und er hat auch schon kein bett mehr das heißt die runde wird etwas schneller nein 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 scheiße wäre das geil gewesen hätte ich den jetzt noch bekommen alter verdammt ach der ist dann mit 100 gold oh nee also irgendwie bin ich in qbw unsaver im igeln als im richtigen bw das ist irgendwie ein bisschen komisch aber egal so machen wir selber auch ein bisschen gold und es wird natürlich ein bisschen schwierig gegen diesen typen irgendwie muss man sich ja anpassen nur eine fuhre wäre jetzt noch geil füsti erschwert wäre jetzt schon erotisch du bist nicht der einzige der eine rods hat in dieser runde bro okay er ist wenigstens halbwegs schlau und baut hinter sich eine wand er will mich carry'n und damit ist er down oh crap okay 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 damit ist er down und wir haben die runde gewonnen G zu dem G 4 kills 3 betten so muss es sein ich hoffe euch hat diese runde gefallen wie gesagt lass ein feedback da ich hoffe ich kann es nachschauen und ansonsten würde ich einfach sagen bis zum nächsten mal und tschö mitte